Ich habe vor einigen Jahren Pflege am Boden in Hamburg organisiert, weil ich die Arbeitsbedingungen so schlecht finde. Das heißt, Pflege am Boden hieß damals, dass wir uns auf den Boden gelegt haben, mit Transparenten und gezeigt haben, dass die Pflege am Boden liegt. Wortwörtlich durch Pflege nach Corona erwarte ich, dass wir von der Politik ernst genommen werden, dass auch mal anstatt nur Versprechungen zu machen, auch Taten folgen. Wir hören seit Jahren nur Versprechungen von der Politik, nichts ändert sich. Ich bin Daniel Frank, bin 32 Jahre alt und arbeite momentan im Krankenhaus auf einer Station für Diagnostik bei Epilepsie-Patienten. Jetzt muss man mal nachfragen, was ist in der Pflege wert? Wir arbeiten täglich mit Corona-Patienten und haben noch nicht mal einen einzigen Abstieg selber gekriegt. Hätte man mal in den Urlaub fliegen sollen, hätte man einen umsonst gekriegt. Ja, das stimmt. Ich fände es gut, wenn meine Kollegen mit auf die Straße kommen, mit Solidarität zeigen für ihren Beruf und Initiative zeigen. Sie lieben alle ihren Beruf, sie machen ihn alle nicht umsonst und ihnen fehlt oft die Kraft, nach der Arbeit noch auf die Straße zu gehen. Aber nur so können wir was verändern. Nur so können wir Veränderungen bewegen. Und ja, das wünsche ich mir von den Kollegen.